Auch Margarete Blarer entsprach nicht dem traditionellen Frauenbild des 16. Jahrhunderts. Als Kauffrau tätig, hätte sie sich nie vorstellen können, in einem Kloster zu leben. Und auch eine Heirat kam für sie nie in Frage. Überzeugt von den reformatorischen Ideen, wurde sie zu einer wichtigen Persönlichkeit bei der Einführung der Reformation in Konstanz. Mit ihrer Bildung und ihrem Vermögen setzte sie sich für Arme, Kranke und Kinder ein. Dennoch konnte sich ihre Lebensweise in der Reformation als Rollenmodell nicht durchsetzen. Margarete Blarer wurde 1493 in Konstanz geboren. Als Tochter einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie genoss sie eine hervorragende humanistische Ausbildung. Sie lernte Latein und vertiefte sich in antike Literatur. Wir werden nicht als Menschen geboren. Wir werden dazu gemacht. Dieser humanistische Grundsatz von Erasmus von Rotterdam prägte Margarete Blarer. Sie war der festen Überzeugung, dass sich Frauen in Sachen Bildung nicht hinter den Männern verstecken müssen. Als gebildete Frau ließ sie sich daher nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hatte. Das musste auch ihr Bruder Ambrosius, der im Kloster Alpersbach lebte, erfahren. So schrieb er ihr in einem verzweifelten Brief. Meine liebe Schwester, es befremdet mich, dass du mir zunächst geschrieben hast, dir stünde der Sinn nicht danach, in ein Kloster zu gehen. Ich möchte gern wissen, was die Ursache ist. Ein Klosterleben als Nonne? Für Margarete Blarer undenkbar. Ebenso undenkbar war es für sie aber auch zu heiraten. Weder Klostermauern noch ein Ehemann sollten ihr Schutz und Unterkunft geben. So führte sie nach dem Tod ihres Vaters den gutgehenden Leinenhandel weiter und führte ein für das 16. Jahrhundert ungewöhnliches und häufig auch kritisch betrachtetes Leben als Kauffrau. Ihre Bildung und ihre finanzielle Unabhängigkeit ermöglichten ihr ein Leben, das sie ganz ihren Geschäften, ihren Studien und ihrer Korrespondenz widmete. Als ihr Bruder Thomas zu Beginn der Reformationsbewegung begeisterte Briefe aus Wittenberg schrieb, erkannte Margarete Blarer schnell, dass sich mit den reformatorischen Überzeugungen nun endlich ihr Bildungsideal mit ihrem Gottesbild in Einklang bringen ließe. Auch ihr einstmals, ihr gegenüber sehr skeptische Bruder Ambrosius, war von dem reformatorischen Gedanken überzeugt. Er floh 1519 aus dem Kloster Alpiersbach und wurde von seiner Schwester Margarete in Konstanz versteckt. Bald schon wurde das Haus der Blarers an der Katzgasse 7 zum Treffpunkt der reformatorischen Gesinnten in Konstanz. Zusammen mit ihren Brüdern Ambrosius, der zum Reformator wurde, und Thomas, in der Zwischenzeit zum Bürgermeister von Konstanz ernannt, sowie über ihre Neffen, die Ratsherren Konrad und Johannes Zwick, hatte Margarete einen wichtigen Anteil an der Reformation der Stadt. Margarete Blarer hatte intensiven und freundschaftlichen Briefkontakt zum süddeutschen Reformator Martin Butzer, der sich allerdings über ihre Haltung zur Ehe sehr wunderte. Sie ließ den verheirateten ehemaligen Priester in einem Brief wissen, dass sie die Ehelosigkeit keineswegs als Makel empfinde, denn Wo Christus meister, sei man nicht meisterlos, und dabei bleibe es. Die Reformation hatte in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums die Schliessung der Klöster zur Folge. Damit und mit der Auflösung der Frauengemeinschaften kam die Tradition der klösterlichen und weiblichen Krankenpflege und Sterbebegleitung zum Erliegen. Margarete Blarer schmerzte es zu sehen, wie die Alten und Kranken unversorgt und auf sich allein gestellt dahinvegetierten. Sie engagierte sich in der Krankenpflege und gründete einen Armenverein christlicher Frauen für verarmte Mädchen und Frauen. In ihrem Haus nahm sie Waisen auf, denen sie nicht nur ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit gab, sie unterrichtete sie auch selber. Margarete Blarer hatte ihre Bestimmung gefunden. Sie nutzte ihre Beziehungen und das erwirtschaftete Vermögen und widmete sich dem Aufbau der öffentlichen Krankenpflege. Dafür erntete sie viel Anerkennung. So auch vom Reformator Martin Butzer, der in einem Brief an sie schrieb Im Wohltun mit dir zu wetteifern ist nicht möglich. Du hast ein Haus voll von Kindern, die allein durch dich erhalten werden. Ihr Engagement für das Gesundheitswesen war auch dringend nötig, Denn zwischen 1472 und 1545 kam es in Konstanz immer wieder zu Pestausbrüchen. Im Jahr 1541 wütete die Pest besonders schlimm und forderte viele Opfer. Dennoch verließ Margarete Blarer die Stadt nicht und kümmerte sich aufopferungsvoll um die zurückgebliebenen, schwer kranken Menschen. Täglich besucht sie jenes öffentliche Gebäude, wo die von der Pest ergriffenen Knechte und Mägde und andere Leute solcher Art verpflegt werden. Und das mit einem starken und entschlossenen Geist. So beschrieb ihr Bruder ihr Engagement in einem Brief an einen Zürcher Freund. Bei ihrer Arbeit für die Pestopfer steckte sie sich selbst an. Am 15. November 1541, im Alter von 47 Jahren, starb Margarete Blarer an der Pest. Ihr Bruder Ambrosius verfasste nach ihrem Tod ein Gedicht über ihr Leben. Gnatreich zu trösten war dein Mund zu aller Stund allangefochtene Herzen. Denn Herz ist Gsein, ein edler Schein, voll Gottes Wort. Das war dein Hort. Damit hast kalt, groß Schmerzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!